Welches dieser Tablets lässt sich schneller laden? Die Frage ist heute nicht, wie schnell lassen sich die Tablets laden, sondern welches Tablet lässt sich schneller laden? Und zwar habe ich hier einmal das Samsung Tab S7 Plus und einmal das iPad Pro 12,9 2020 Modell. Was habe ich gemacht? Ich habe beide Tablets zweimal geladen, einmal mit den Netzteilen, mit denen sie geliefert werden. Bei Samsung ist es eben so ein kleines 15 Watt Netzteil, beim iPad ist es das 18 Watt Netzteil. Und dann habe ich sie einmal mit der schnellsten Variante geladen. Bei Samsung ist es dieses 45 Watt Netzteil und bei Apple habe ich einfach mein MacBook Netzteil verwendet. Das funktioniert genauso. Jetzt plane ich kurz ein, wie ich das Ganze gemessen habe. Ich bin mit den Tablets auf 1% runtergegangen, habe es angesteckt und gewartet, bis es voll ist. Alle 30 Minuten habe ich den Akkustand gecheckt und bin auf folgende Ergebnisse gekommen. Das Samsung Tablet hat genau 3 Stunden mit seinem 15 Watt Netzteil gebraucht. Das iPad mit seinem original 18 Watt Netzteil hat 3 Stunden 13 gedauert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das iPad am Anfang eigentlich immer vorne war, wie zum Beispiel nach einer Stunde oder 60 Minuten war das Samsung bei 33%, das iPad bei 37%. Aber dann am Ende braucht das iPad irgendwie komisch lang, um wirklich die 100% zu erreichen. Deswegen hat das Samsung dann nochmal überholt. Das Ganze sieht sehr ähnlich aus mit den stärkeren Netzteilen und zwar eben beim Samsung das 45 Watt Netzteil, das originale von Samsung und beim iPad das MacBook Netzteil mit 87 Watt. Das iPad nutzt damit natürlich nicht die vollen 87 Watt. Das Samsung Tablet hat nach einer Stunde 84% Akku, das iPad gerade einmal 54 oder das Samsung Tablet nach 30 Minuten bereits 45%, da das iPad gerade einmal 27. Das heißt, wenn man nur sehr wenig Zeit hat, um das Tablet aufzuladen, dann ist das Samsung viel, viel schneller. Das Samsung hat dann für die volle Ladung 1 Stunde 26 gebraucht und das iPad 2 Stunden 14. Im direkten Vergleich ist das Samsung also um einige schneller als das iPad Pro. Hätte ich mir nicht gedacht. Es hat aber leider Gottes auch einen Nachteil. Dieses super schnelle Laden mit den 45 Watt funktioniert nur mit diesem Netzteil, denn Samsung hat hier irgendeine Quick Charge Technologie verbaut, die nur dieses Netzteil unterstützt. Alle universalen Netzte, die zum Beispiel auch 60 Watt unterstützen, laden das Ding trotzdem mit 15 Watt auf. Auch dieses Netzteil vom MacBook lädt das Ding nur mit 15 Watt auf. Das iPad kann man wirklich an jedes Netzteil anschließen, egal ob es von Apple ist oder nicht. Es lädt dann mit der maximalen Geschwindigkeit auf, was es eben kann. Das kann dieses Tablet nicht. Das heißt leider Gottes, was ich echt total blöd finde, wenn man unterwegs ist und nicht genau dieses Netzteil hat, sondern irgendein universal Netzteil, dann lädt das iPad trotzdem schneller auf als dieses hier, wenn er das dann nur mit seinen 15 Watt lädt. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss!